Der grüne Rollfunden halbieren, zwei Kugeln formen. Eine Kugel halbieren, diese ist für die beiden Körper. Die andere Kugel in sechs Teile schneiden. Aus zwei Teilen die Halsformen und am oberen Teil für den Kopf etwas dicker lassen. Die Halsende befeuchten und am vorderen Teil des Dinokörpers fixieren. Aus zwei weiteren Teilen, je in Schwanzformen, am einen Endespitz zulaufend. Am dicken Ende abflachen, befeuchten und am Körper befestigen. Aus dem nächsten Teil entstehen die Füsse. Massen rollen und in acht gleich grosse Stücke schneiden. An jedem Dinokörper links und rechts je zwei Füsse befeuchten und antrücken. Aus dem letzten Teil grosse und kleine Zacken formen und mit Hilfe eines Zahnstochers auf den Dinokörper ankleben. Mit einem Zahnstochern die Zehen einkerben und mit einem Messer das Mulle einschneiden. Aus weissem Rolfondant und der dunklen Schockeperle vier Eugliformen an den Kopf kleben. Das war nicht. Bis zum nächsten Mal. crumbs B Mix 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 nya Mix Mix